Kaktus 1549, Piste 04, Stadt frei. Sully. Sully. Sully, wir sind zu tief. Sully. 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 Sully, alles in Ordnung. Niemand hat uns gewarnt. Und gesagt, bei euch werden beide Triebwerke ausfallen. Und das in geringerer Höhe, als es je bei einem Jet der Fall war. Das war ein beidseitiger Triebwerksausfall, gefolgt von einer sofortigen Landung auf dem Wasser. Mit 155 Seelen an Bord. Niemand ist je für einen Vorfall dieser Art ausgebildet worden. Unsere Aufgabe ist es zu untersuchen, weshalb dieser Flug im Hudson River endete. Auf dem Hudson. Es war kein Absturz, es war eine Notwasserung. Simulationen zufolge hätten sie es zum Flughafen schaffen können. Unmöglich, das war mir ganz klar. Ich übernehme. Dein Flugzeug. Du sollst nur wissen, dass ich mein Bestes getan habe. Selbstverständlich, du hast alle gerettet. Die Menschen bezeichnen sie als Helden. Ich fühle mich nicht wie ein Held. Zeigen Sie uns ihr Capes, Sully. In der Presse wird schon zu viel spekuliert. Diese Aufmerksamkeit überwältigt mich. Das linke Triebwerk hat noch funktioniert. Und wenn ich mich geirrt und dadurch das Leben all dieser Passagiere in Gefahr gebracht habe? Ich habe eine A320, die gleich auf den Fluss prallt. Du hast getan, was du konntest, das war mehr als genug. Hatten Sie getrunken, Captain Sullenberger? Familiäre Probleme? Hier spricht der Kapitän. Sicherheitspositionen einnehmen. Was? Oh mein Gott. Vorbeugen! 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 Köpfe runter und bleiben! Es waren 155 Menschen in diesem Flugzeug. Und du warst einer davon. Über 40 Jahre in der Luft. Aber am Ende beruht man mich anhand von 208 Sekunden. Wir müssen durchzählen. Passagiere und Crew. Ist noch jemand an Bord?